1. Ultraschall-Bild? Bibi Heinecke zeigt uns ihren Sohn. Da ist der kleine Mann, Bibi Heinecke, 25, und Julian Klassens, 25, Leben hat sich in den letzten Monaten komplett verändert. Der YouTube-Star verriet seinen Fans erst kürzlich die süßen Baby-Neves, sie und ihr Schatz erwarten einen Jungen. Seitdem hält die Vloggerin ihre Community ständig auf dem Laufenden und teilt immer wieder schwange Updates auf ihren Sozial-Media-Kanälen. Nun nahm die Blondine ihre Follower mit auf eine kleine Zeitreise, und zwar zu einer ihrer ersten Ultraschall-Untersuchungen. Darauf zu sehen, ein Bild von ungeborenem Baby. Via Instagram teilte die 25-Jährige nun ein Bild von sich bei der Untersuchung ihres Kindes. Auf dem Monitor neben ihr sieht man ganz deutlich ungeborenen Sohn, als er noch ganz winzig war. Das war einer unserer allerersten Ultraschall-Mine beim Frauenarzt und das ist schon fast ein halbes Jahr her, beginnt der Internetstar seinen Post. Auch heute kann ihr kleines Wunder in ihrem Bauch noch nicht so ganz realisieren, es bleiben jetzt noch gute zwei Monate bis zur Geburt und ich würde am liebsten über nichts anderes mehr nachdenken und reden. Erst vor einigen Tagen gaben die Netzbeauti und ihr eine weitere große Neuigkeit bekannt, die beiden Dirteltauben werden heiraten. Der 25-Jährige machte seiner einen tollen Antrag mit einem riesigen Strauß Rosen. Ich bin noch von allem so überwältigt und überglücklich. Damit hätte ich einfach niemals gerechnet, fasst die werdende Mama ihre Gefühle in einem Insta-Post zusammen. Ich bin noch von allem so überwältigt und überwältigt. Bis zum nächsten Mal.